Das Halbfinale bei den europäischen Senioren. Meisterschaften in Bremen 2013 in der Altersklasse I40 mit 1428 die Startnummer von Andras. Der Connacht an seiner Seite mit der 1002, der Mann, der jetzt aufschlägt. Der mehrfache rumänische und deutsche Einzelunterbrelmeister, Jolt Georg Hüge. Rückschläger ist Anji Kruczynski aus Polen. Applaus 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 So! Vielen Dank.